Guten Tag liebes Run NFL Team, liebe Run NFL Community, mein Name ist Carsten Kidder und das ist mein Bewerbungsvideo für Hashtag Lasst uns an. Ich kommentiere für euch die Endphase des Super Bowl 51 zwischen den Patriots und den Falcons. Und nach der Pass Interference gegen Martellus Bennett sind wir jetzt an der 2 Yard Linie der Falcons. Schauen wir mal rein. So, nach dieser Pass Interference die Patriots jetzt an der 2 Yard Linie der Falcons mit Blunt und Devlin im Backfield. Aber es wird ein Pass und er ist incomplete. Incomplete, abgewehrt von Vic Beasley, dem Top Passwasher der Atlanta Falcons. Jetzt sehen wir hier nochmal in Coverage gegen Martellus Bennett und wenn er den abfängt, Vic Beasley, dann sieht es für die Patriots ganz, ganz dumm aus. Aber für die Patriots zum Glück nur incomplete und jetzt second and goal wiederum von der 2 Yard Linie. 2 Yard Linie auf der rechten Seite und Toss zu James White und er kämpft sich. Schafft er es? Ja! Touchdown Patriots! Die New England Patriots gewinnen Super Bowl 51 und Tom Brady hat seinen 5. Super Bowl Ring. Die Freude bei den Fans und den Verantwortlichen schier grenzenlos. Aber die Spieler, die waren sich noch nicht ganz so sicher. Und hier sehen wir auch warum. War der Ball wirklich über die Goal-Line getragen von White? Enge Geschichte. Wirklich enge Geschichte. Der überflüge war sich ziemlich schnell, ziemlich sicher. Aber ich würde sagen, der war gut. Der war gut von White. Touchdown Patriots. Und die Patriots kompletieren das größte Comeback der Sportgeschichte. Und Tom Brady hat seinen 5. Super Bowl Ring. Er kann es doch nicht ganz glauben. Aber Matt Ryan ist ein fairer Verlierer. Gratuliert Tom Brady. Und jetzt wird er auch realisiert haben, dass der Touchdown gut war. Und die Patriots sind Super Bowl Sieger 2017. So, das war mein Bewerbungsvideo. Ich hoffe es hat euch allen gefallen. Und bis bald. Und bis bald. Vielen Dank.